Herzlich Willkommen in YouTube zu einer weiteren Episode von Golf mit Freunden. Heute mal wieder mit Epic und der Casey. Hallo. Hallo. Übrigens Golf mit deinen Freunden. Nicht mit irgendwelchen Freunden, mit deinen. Ja, aber ich nenne meine Folge weiterhin Golf with Friends, weil ich scheiße. Ich warte erstmal bis dieser Lührischmeisterwerk da fertig ist. Oh, ich muss Casey mal ein bisschen lauter machen. Ja, aber das kann ich ja machen. So, okay, du sagst noch was. Ihr seid laut genug, ja, ich sag was. Okay, gut. Und ich werde jetzt hole in one. Komm. Du wirst jetzt hole in one. Oh, da geht schon wieder das große Geschrei los. Alter, gestern haben wir nochmal die ganz neue Map gespielt und da ist Casey sowas von ausgerüstet. Oh ja, weil ich sie aber auch oft geflaxt habe. Das war schon lustig. Das ist immer bei der Nichtaufnahme, da ist dann Hollandin... Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Ich wollte da gegen die Wand teilnehmen und dann... Komm, nochmal neu aufnehmen? Oh, das ist. Ich will jetzt jemanden auch umarmen jetzt, ja. Ja, dann macht das bei mir mal. Was ist denn da? Achso, ich dachte... Der Epic weiß genau wen. Ich sehe nichts. What the fuck? Okay, so sehe ich was. Ja, rein, rein, rein! Was? Das ist in der X-Story, Casey. Ah, bestimmt. Wenn ich dann nicht. Äh, bei mir hübsst du mal. Ich habe keine Zeit dafür. Bei dir auch, Epic? Ja. Ja, nicht, dass du nachher wieder nachvertrungen musst wie bei einem LOL-Video. Ich habe es ausgewählt. Ob es jetzt annimmt, weiß ich nicht. Oh, ich hasse diese Map. Ich hasse sie. Ja, ich bin auch nicht so gut da drin. Also ihr werdet jetzt ein bisschen Loop-Chaos sehen. Oh, komm, 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 komm. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Ich hasse diese Map. Ja, komm mal hier. Easy, go. Scheiße. Guck mal, wie soll man da rauskommen? Jetzt aber. Oh, oh, ja, ja, ja. Danke, Casey. Danke, Casey. Leute? Ähm. Ja. Ja, mir dreht sie sich, aber sie steht. They say me roll. Das hätte sich geschafft. Hä, ich hang auf so einer Kante fest. Du hangst auch so, ne? An der Kante fest, ja. Jetzt aber, komm. Ich will auch, ich will auch, ich will auch. Komm, ja, ja, weiter. Ich komme nicht hoch. Nein. Wieso fällt... Wieso immer ich? Wieso? Das ist das erste Mal, dass ich die in einem geschafft habe. Das ist doch eine Kacke. Jetzt wird es auch wieder nichts. Was mir gerade so auffällt, das ist alles eigentlich eine Map. Ja, ist ja auch eine. Hä, was ist denn das denn für eine Blöde... Oh, nee. Okay, unsere Lieblingsmap, ey. Okay, ich mach jetzt rein. Ich mach... Ich mach jetzt... Nicht rein. Fick dich einfach, Casey, Mann. Fick dich. Was willst du denn? Das war zu wenig, okay. Die Schweizer stimmen morgen ab. Geld ohne irgendwas. Oh, nein. Oh, Mann, das war so knapp, ey. I hate this. Nein! Hass es. Ich auch. Oh. Ach du Scheiße. Das gibt es doch nicht, Alter. Es ist nicht mehr normal. Das ist auch nicht mehr lustig, Alter. Und dann diese lustige Musik dabei. Epic. Scheiße. Ach, geil. Ich will auch. Nein! Oh, das war zu viel, Casey. Jawohl. Supermark. Oh, fuck. Der Supermarkt hat es mal wieder. Der Supermarkt. Der Biomark. Oh, Casey ist schon bei 5 Stokes. Du bist bei 4 eigentlich. Du darfst nicht spoilern. Was hat sie gesagt? Ich habe doch nichts gesagt. Nicht wirklich. Die haben das alles. Nichts, nichts, gar nichts. Nicht schon gut. Mach so ein bisschen mehr als 1. Mach so 1,15. 1,15. Hier. Oh, wahrscheinlich macht es jetzt so richtig weh. Guck mal, war doch schon ganz gut. Hätte geklappt, wenn du nicht so weit nach rechts fahren wärst. Ja, ist echt so, ja, Mann. Das wolltest du doch sagen, oder, Epic? Ja, natürlich. Ich würde sagen, die Runde ist verloren für Casey. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, das war es schon wieder. Mit dieser Rage-Runde hier. Oh, wie kann man denn immer den gleichen Fehler machen, Casey? Ich habe nicht so glaube ich. Hier ist doch mal ein bisschen mehr. Dann schießt du über die Web hinaus, weil sie nicht weiß, was es ein bisschen mehr bedeutet. Du siehst sogar unten links, was du das letzte Mal genommen hast. Das habe ich auch noch als Hilfe sogar eingeschaltet. Ach, ey, ist doch scheißegal. Ich habe sowieso verloren. Ah, doch, ich habe das noch, ja. Und? Timeout. Oh, das ist natürlich traurig. Eigentlich nicht. Wir alle trauern. Aber eigentlich nicht. Casey nicht. Kappa. Mal das mal umändern. Golf is not your friends. Hä? Golf is not your friends. Okay, kann man mal machen. Golf is not your friends. Na, wartet. Easy. Ich mache gerade richtig. Ja, weil ich dir den Trick gezeigt habe. Ich mache gerade ein richtig gutes Match, muss ich sagen. Nice. Okay, ich bin zumindest rübergekommen. Ey, Casey, das war gut. Epic war auch. Epic verpiss dich, ey. Jo, habe ich keine gemacht. Oh, 18, 19. Ei, 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 ei. Oh, schlecht, Casey. Das war sehr schlecht sogar. Einmal klar. Casey ist ja schon bei 31. Das ist ja irgendwie. Ach, sowas. Wie kann ich diesen Scheiß anmachen? Oh nein, mein Trick hat nicht funktioniert. Wie kann ich das Licht anmachen? Halt deinen Maul. Schmuck. Mit L. Okay, ich bin schon mal oben. Das ist ja etwas. Nice. Bitte links. Bitte links. Nee, leider. Bitte links. Bitte links. Bitte links. Und in Hall and One, bitte, 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 bitte. Das war's zu spät, leider nicht. Was? Hä? Ach, ich bin schon drin. Ich habe schon gedacht, hä, wieso bin ich jetzt Marc? Hahaha. Lustig. Ich dachte, so ein Bug oder so? Nee, das Licht nachtiert mich hier. Ach, die sind mir pass... Die lieb ich ja auch so, ne? So viel, glaube ich. Oh mein Gott, war das scheiße. Oh Mann, immer diese gleiche... Kacke, hä? Warum geht das jetzt nicht? Ich kann nicht hochgucken. What the fuck? Ja. Hä? Im ersten Becken bin ich schon mal dran. Der Trick geht nicht mehr, ey. Hä? Der Noob geht nicht mehr. Ohne Scheiß, Marc, hä? Warum geht das nicht mehr? Weil Epic noch Noob-Krieger geworden ist. Epic, versau dir jetzt nicht deine Punkte, während du den Trick ausprobierst. Ich bin... Oh nein. Ich will da nur rüber, Mann. Ich hab vergessen, wie das geht. Du musst voll nehmen, dann so ein bisschen weniger weg und dann auf den linken links zielen. Ach, ist doch ne Scheiß, ich schwör. Voll und ein bisschen weniger wegnehmen. Ja, hab ich ja. Das hat schon wieder nicht geklappt, ey. Nein, ich war doch schon in dieser Scheißbahn drinne. Ja, ich hab mir jetzt meine Punkte total versaut. Ach. Oh, ich aber wahr. Aber werde ich ja auch machen. Na, ich hab's. Oh. Ich hörte mit dir, es kommt auch nochmal die Map, wo ich kann, wo ich nichts drauf hab. Ich hab's geschafft, ey. Aber es kommt halt einfach davon, dass man so ein großer Noob ist. Ja, ist echt so. Oh, du nimmst es mal an. Voll. Ah, ich weiß nicht, ob ich jetzt weinen oder jubeln soll. Ich weiß schon ganz genau, welche Map, äh, mich, äh, welche Map mich, äh, Noll. Welche Map bei mir der große Punkte war. Ja, ich auch. Ne? Ja, die letzte? Nein, nicht die letzte. Die letzte ist mein. Nein. Oh mein Gott, hast du ein Pech. Ja, Scheiße gelaufen. Oh ne, ist doch nicht wahr, oder? Noll. Alles klar. Das ist so fucking knapp, Mann, Alter. Ja, okay ist dir das auch zu viel, aber gut. Hör auf zu. Hör auf zu. Ach. Ach. Lol. Loll. Mann, Alter, das regt mich gerade so auf, dass es wegen dem vorherigen nicht geklappt hat. Wegen des vorherigen, bitte. Halt die Klappe. Hä, ich hab gebackt. Hab trotzdem funktioniert, Leute. Aber ich hab trotzdem gebackt, natürlich. Jetzt hab ich einen Nachfell wegen euch. Ja. Scheiße, ich gelaufen. Alter, das war so knapp, ey. Fick dich. Oh, geil. Nur wegen mir, Alter. Nur wegen mir. Da sind richtig gute, richtig gute Gizzes hier hingepackt, muss ich sagen. Oh, komm schon, Epic. Sieben mehr Fehler, bitte. Wir haben drei, das war von drei. Nee, auf keinen Fall. Doch, doch. Oh nein. Nein. Ich probier den Weg gar nicht erst. Tschüss. Hab ich auch nicht. Das ist mir zu blöd. Ich werd da hundertprozentig verhellen. Ja, eben. Deswegen probier ich ihn auch nicht. Oh Gott, ich muss jetzt irgendwie hier rüber erst mal. Nicht, nein, nein, nicht so viel. Scheiße. Ich komm dann noch hoch. Bestimmt irgendwie. Okay, passt. Nicht, nicht runter, nicht runter, nicht runter, nicht runter. Okay, okay, okay. Das war richtig knapp. Aber... Na komm, war gut. Nein! Ihr seid zu dumm. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ich wollte Casey hier abwehren. Ich hab gesagt, hey, ich hab dich nicht gefragt. Ich habe gar nichts gedrückt. Casey hack dich. Scheiße. Jo, jetzt bist du am Arsch, Mark. Halt deinen Maul, du Drecksache. Oh, jetzt ist... Oh, fuck. Oh, shit. Man, wie viel, Mark? Wie viel? Nö, werd ich dir nicht sagen. Jetzt hast du was... Du hast es mir letztes Mal auch gesagt, ey. Alter, ich hätt das fast in nur einem gemacht. Das war so knapp. Da, raus, raus, raus! Oh, okay. Stopp, stopp, stopp. Stopp. Epic, so endlich hab ich's auch bekommen, aber ich bin ganz knapp nur am Loch vorbei gefickt. Äh, das ist blöd. Äh, das ist blöd... Oh, du Alter, hätt ich das nicht geschafft. Oh, es geht in drei. Zwei, Alter. Epic, das war natürlich schon ein bisschen noobig jetzt, dass du die drei jetzt hier machst. Halt die Klappe, Alter, sie hat die vier. Ach, nee, na. Fick dich, du scheiß Ball. Ich hasse dich, du Spiel, ey. Du Spiel, ist ja voll die Beleidigung. Ach, Mann. Wenn du ein Computerspiel mit der Beleidigung du Spiel beleidigst. Boah, GG. Oh, das ist ganz mal weg. Oh, nein, ich werd... Oh, pass auf. Ich mit Epic zusammen. Oh, oh, okay. Epic, lass mich in Ruhe. Ich mach nichts. Ich mein, ich meine ja nicht, dass du verkacken wirst. Epic, lass mich in Ruhe. Ach, das ist doch alle Scheiße hier. Ich warne dich, Epic. Wenn ich dich kriegen mag, ne, dann kannst du was erleben. Oh, shit, jetzt hab ich ein Problem. Jetzt hab ich ein Problem. Jetzt komm ich nämlich hier rüber. Ja, der Nope auch nicht. Nein! Oh, ich hab's geschafft. Dankeschön. Bitte. Nope, Alter. Ja, ich hab's geschafft. Ipin mit dem Team. Bleib stehen, du Mist. Fucking Ball. Jo, Marc, wie läuft's bei dir so? Halt deinen Maul. Ja, wir holen so ein Nubiges wie du. Oh, Marc, das jetzt auch mal so ulti, wa? Ja. Ach, Mann, so ne Scheiße. Ich lösche das gleich wieder, ey. Hier, ist Donner. Ach, da hab ich letztens ja so verkackt, oder? Da hast du richtig verkackt. Ja, klar, hast du gebackt. Oh, hi, Epic. Hey! Ich hab noch nicht mal was gemacht, also erst mal weiß ich's wirklich nicht. Jetzt kannst du auch Video sehen. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, dann war das Casey, die... Oh. Ganz dünnes Terrain. Oh. Casey regt sich über ihr eigenen Loopheit aus. Ja, ist echt so, Mann. Kann man nichts machen. Ich drehe drei Millionen Runden, ey. Es ist doch... Danke. Genau. Wie viel, Marc? Ich komm mit so der Klappe nicht vorbei. Es ist ein Witz. Lol. Oh, jetzt so. Oh, nice. Jetzt so. Fick dich, Casey. Wie du grad gelacht hast, so richtig schön gelacht. Ne, das war so richtig hexenhaft. Das hat dir fast geholfen, ey. Ich weiß. Das ist ein bisschen salzig. Geht erst mal ein bisschen salzig, wa? Ne, ich bin bitter weiß. Oh, shit. Nein! Lol. Wir haben auch schon gesagt, richtig gekickt, Alter. Epic, du hast nicht richtig gekickt. Immer die gleiche Kacke hier am Dampfen. Oh, ich hab's endlich beim zweiten Mal geschafft. Ein Wunder ist geschehen. Oh, das war ein richtiges Glück, Alter. Wir haben uns grad gegenseitig richtig geholfen. Jo. Nein! Es war ein Millimeter! Es ist echt nicht gesund, dieses Spiel. Schon ein bisschen easy, ja. Ja, ist echt so. Als wenn man hier den Noobs fertig macht. Halt die Klappe. So, ab jetzt wird's richtig nice für mich. Wieso? Weil das ja meine Lieblings-Map ist, oder? Das ist ein... Fick dich, du scheiß Spiel. Du blödes Ding. Irgendjemand hat mich hier gerade mutmaßlich... Oh, fuck! Wie soll ich denn hier wegkommen? Irgendeiner hat mich hier gerade mutmaßlich weggekickt, ey. Nee, das war ich wirklich nicht. Ja, roll doch zurück! Ab ins Loch wieder! Ab ins Loch, Alter, ab ins Loch. Ab ins Loch! Was war das jetzt, Marc? Ich wollte dir helfen, Epic. Ich krieg hier noch die Krise, echt, sure. Bei meiner Punktzahl kann man sich das ja mal erlauben. Halt die Klappe. Du, als wenn du schlechte Punkte hast. Hä? Hä? Was hab ich doch gesagt? Ich hab gute Punkte, das hab ich gesagt. Oh! Ich... Nee, nee, ich nehm das nie wieder auf. Du kennst den Zieltrick nicht, hab ich das gekonnt. Ich hab doch gar keine Chance mehr. Jetzt kommt diese Phase, wo man sich selber aufgibt. Ich will nicht. Ich mach jetzt Marc nach. Scheiße, Alter. Wie ging das denn? Fick... Ach, ist doch ne Kacke. Wie kann man denn nur so nubig sein? Das ist doch die Frage. Wo sind meine... Ich seh doch kaum was hier. Ich seh nichts. Ich red nicht von mir selber. Scheiß Ball. Natürlich redest du von dir. Nee, also irgendwie jetzt nicht. Also, naja. Wenn man ehrlich ist, schon. Also... Aber nee, eigentlich nicht. Ah, Mann! Ja, siehste. Was denn? Ich hab doch nur Aman gesagt. Aman ist ein Freund von mir. Den ich aus der Grundschule kenne. Hallo, Aman. Ich hab auch einen Freund, der Aman heißt. Weißt du? Aha, Cassie. Ey, da... Ah, Epic. Alter, alles wegen dir. Nicht weiter rollen! Nicht weiter rollen! Was ist denn da euer Problem mit der Map, ey? Versteh ich mich? Das Epic mich immer kicken will. Guck, wie sie ich das jetzt mache, ey. Was machst du denn da, Epic? Halt den Maul. Nicht, nicht, nein, 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 nein! Oh, ich... Nee, nee, nein, nein! Ich lösche diese Scheiße! Das hat doch keinen Zweck, ey! Das geht bei ihr ab, Alter! Dieses... Spiel ist einfach... Was... Marc, das musst du als Pre-Intro nehmen. Ich mach keine Pre-Intro aus. Schon seit 1973 nicht mehr. Ist mir scheißegal. Trotzdem nimmst du es als Pre-Intro. Oh, wieso geh ich nicht straight... Over! Ja, weil du dumm bist. Äh, Epic? Ja. Was ist denn jetzt los mit euch? Was ist das, Marc? Was? Du, was machst du? Ja, was machst du? Was ist denn los? Ja, was hast du für eine komische Sound-Quali? Hä? Fick nicht, du ist Scheißspiel! So richtig bei dir. Oh! Scheiße. Oh! Ey, ey, ich mach nicht mehr mit. Hallo? Ich will nicht mehr. Das ist knackst du, Mann. Könnt ihr mich denn noch verstehen? Ja, aber das knackst du. Was machst du da? Das ist... Das ist Spiel... Das ist... Das ist... Wie so... Ktchk... Ktchk! Ich komm an diesem Knack-N-Spiel nicht vorbei! Hört ihr mich? Ja, jetzt passt es. Ist es besser? Okay, hört ihr mich? Ja, warum hast du mir geknackst, Alter? Ach, ich habe so ein paar Sachen gemacht. Roll runter, genau. Genau so wollte ich es haben und nicht anders. Cassie, du weißt nicht, wie die Map geht, ne? Soll ich das mal erklären? Ich habe es probiert und die Kacke bleibt da immer hinten hängen. Du, dann bist du noch nicht end genug an der rechten Seite. Du musst noch enger gehen. Guck mal. Ja. Auf einmal funktioniert es. Welche Überraschung. Aber die Kacke hat ja nicht funktioniert. Anstatt Danke zu sagen, lacht sie. Genau. Oh, ich dachte, das wäre nicht glimpflich ausgegangen. Das wäre ziemlich ludig gewesen. Ich glaube, die Map wird auch noch nicht an die Folge dran, sondern nehme ich gleich noch die nächste Folge auf, ne, Epic? Ach, willst du? Ja. Ich nehme keine mehr auf. Doch, du nimmst eine auf. Aber, aber, aber wieso? Ich habe vergessen, wie es hier weitergeht. Ja, schön für dich. Ja, Alter. Ich werde dir schön hier meine Punkte machen, dann werde ich dir den Tipp geben. Hey, also, ich bin eigentlich auch schon da. Ja, siehste, das ist ja schön geregelt. Epic, wenn du mich jetzt abschießt, dann spreche ich nie wieder ein Wort mit dir. Okay. Dieser Arsch, ne, der kann ins Nirvana gehen. Ins Nirvana. Okay, Epic, das war natürlich ein bisschen schlecht von dir. Aber das aber spielen wir einfach, als ob es nicht da gewesen wäre. Ach, ich meine, Käse wegkicken ist ja, ist ja lustiger als gewinnen. Oh, lol. Hätte das geklappt, das wäre richtig... Ja, natürlich. Du bist so schlecht, Käse. Käse, das Glück ist irgendwie nicht auf deiner Seite, habe ich das Gefühl. Ich glaube, sie redet nicht mehr mit uns. Oh, shit, oh nein, oh nein, es tut mir so leid. Ha, das sagt er jetzt nicht so. So, und damit ist die Folge auch beendet, ne? Ich hoffe, ihr habt Spaß gemacht, wir sehen uns in der nächsten Mal. Ja, mir hat zuschauer Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Willst du gleich die nächste, Marc? Ich mach die nächste. Ja. Ich mach die nächste.